So, halten wir das jetzt ein oder zwei? Zwei gehen weg. Und das krieg ich dann. Um dich auch noch zu heilen. Genau, das krieg ich jetzt. Oh, was ist das? Die Zeit. Ja, Dali. Ich will das tun und hab nächstes Jahr 3k. Ja und 3 sind Diamanten davon. Das sind 60.000. Das sind 60.000. Auf wen werde ich wohl schießen? Ist hier schon einer verletzt? Es kommt drauf an, ob du Logi spielst oder nicht. Wer weiß das schon? Ich. Darf ich auch sagen, Vita muss sich auf sich selber schießen? Nein, nein. Ich weiß nicht. Ich bin der Don. Haben alle ihren Schuss gewählt? Ja. Wo liegt einer? Drei. Zwei. Eins. Scheiße. Das ist mies. Warum? Warum? Okay, warte mal. Ich bleib drin. Keiner schießt. Du zielst auf Shigo. Hey. Tu das nicht. Lass dir nichts einreden. Sei nicht so weit. Ihr könnt noch zurücktreten vom Duell. 3, 2, 1. Oh. Als ob der drin bleibt. Wäre schon cool gewesen. So. Shigo. Bam. Das wusste ich. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. War doch klar, dass wer dem ist, versucht damit zu pillen. Nein. Ich wusste doch, dass du mich umlenkst. Was meinst du? Wollte ich die tun jetzt ins Leere? Alle leuchten. Alle haben geschossen. Aber man wird nie erfahren, dass... Der Schuppel. Dann... Ist der noch ein Rennen? Nein. Doch. Ach nee, Shigo. Shigo ist weggeballert. Ich hab mich doch auch geschossen. Halt, aber das ist Mieter. Jaja, aber... Es liegen halt zwei Sachen, die ich gern hätte. Schuss und den Don. Es liegen drei Sachen, die ich gern hätte. Jetzt fängt das wieder. Das ist nicht zu nehmen, das ist richtig. Das muss ich auch wirklich. Ich bin raus, oder? Ja, du wurdest angeschossen. Give me your money! Du sagst, you're out. No. Ja. Weil jemand mit einer Knarre zusammengespielt so ähnlich mitzumachen. Ah, das ist gut. Karte. 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 Tschüss. Nein, da läuft schon so viel... So viel? Der hat so viele Diamanten schon. Der hat die meisten Diamanten hat. Ja, ja. Aber das ist wenn du... Du kannst ihn ja abknallen. Ja, irgendwie. Du kannst ihn ja abknallen. Ja, warum denn? Der Diamanten mit 60.000 hat null Wert, wenn er so 20 mal 20.000 da liegt ja. Wenn ich ihn abknalle, habe ich die meisten Diamanten. Hier, du kriegst nur an 5.000. Eine. Ja eben, so mit einem und dann 60.000. Der schießt. So, ich bin da dann geblieben. Niemals. Niemals. Weil ich so eine gute Leistung hatte, wenn ich das noch... Geht schlecht. Ja, ja. Oh, ich weiß schon, was der da hat. Oh, dicker Diamant dabei. Der lohnt sich, wenn ich das mache. Ja, aber Dalu muss ja gleich wieder einen Rückzieher machen. Irgendwann muss er ja durchziehen. Ich bin ja wieder dabei. Bleib halt schon bei meinem Diamanten. Sind ja nur zwei dabei. Zwei dabei? Ich hab ja acht. Wie viele Runden sind noch drei? Wir haben alle gewählt. Sehr gut. Drei. Zwei. Eins. Bitte! Mein lieber Freund, du zielst auf... Warum zielt keiner auf Dalu? Du zielst auf Dalu. Wieso zielen doch hier welche? Ach, du zielst auf ihn. Aber du zielst auf ihn. Ja, natürlich. Du zielst auf ihn. Keiner schießt auf Rita jetzt. Doch. Keiner schießt auf Rita jetzt. Okay, gut so. Ja, läuft so. Läuft so. Wenn du zwei Treffer aufkommst, musst du raus. Drei. Ach, du zielst auch auf uns. Ja, wenn du ein Treffer aufkommst, musst du auch raus. Eins. Puuu. Okay. Alle Leute machen mit. Ja, mit Demis schießt auf jeden Fall. Deswegen braucht er sich nicht schießen. Aber ich! Ja! Aber wenn er mich wieder abgeschossen hat, dann nehm ich hier einfach rein. Ja. Ach Dalu ist ganz tot. Und er ist auch raus. Er ist tot. Oh mein Gott. Kann man hier hinlegen die Schüsse? Wer ist jetzt noch drin? Wir drei, richtig? Mhm. Ja. Ich würde das wieder anfangen. Na komm, du weißt doch worauf du guck. Na also. Na also. Du gehörst jetzt. Ich knall dich ab. Ich hab ja mehr Diamanten. Hier sind mehr drauf. Hier sind sechs Stück insgesamt. Es sind fünf. Nein. Ich kann dir das nicht geben. Ja. Dann krieg ich knall dich ab in der Sonne. Ist ja gut. Das wär mal ne andere Wahl gewesen. Sieht schlecht aus, sieht schlecht aus. Kann man den Heal eigentlich neben und aufheben? Was? Den Heal? Kann man den neben und aufheben? Nein. Der wird dann weggehen. Egal wer den looted. Der wird auf jeden Fall weg sein. Du. Puls. Au. Ach du hast eh einen Damage gehabt. Ja. Ja. Natürlich. Trotzdem ist er weg. Das ist schön unter dem Schein versteckt und dass keiner noch mitbekommt. Verdammt. Ich bin auch der Klo. Jetzt ist Vita der Don. Ja. Don Vita. Jetzt kannst du auch noch den Gemäldebonus dir gönnen. Gönn dir. Aber da liegt was anderes, was auch noch interessant ist. Ich würde auch die 60.000 noch kriegen. Ja, das Problem ist er dir auch. Wenn du mich abknallst, kann er halt in beiden Regionen dir... Das ist das Risiko. Oh ja, wir wählen. Mit den Wahlen wird gewählert. Ja. Sucht euer Ziel. Drei. Zwei. Eins. Hallo. Das ist ja voll Betrug hier. Halbtot schieße ich... Das ist voll... Mero Spade. Oh ja. Bleibt das so? Du bist weg, mein Freund. Hinsel, du Diamantenjäger. Die knallen dich auf. Der liegt zwar schon am Boden. Drei. 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 Zwei. Drei. 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 Ich habe noch zwei Diamanten. Ja. Du hast viele Gemälde! Ja. Das macht wie viel. 60.000. Er hat fünf. Oh, dann kriege ich 100.000. 100.000. Ja dann müssen wir doch... Ich habe 30. Dann habe ich 60 durch die großen Diamanten... 90 also, macht schon mal 90. Und ein Diamanten auch. 100. 210. Er hat viele 20er. 210, 230, 40, 50, 70, 85, 285. 2.000. Da hab mich eh mal rum auf mich geschossen, wenn der hat 3 Diamanten und 5.000. Das Prinzip, weil du Dallukart bist. 231.000. Wenn ich meinem Mangel trauen darf. Warum nicht? Er hat auch sehr viele 20.000er, muss ich sagen. Was heißt das hier? Plus? Ja, plus die Diamanten. Plus die Diamanten. Aber ich hab halt hier 100.000, 40, 15, 20, 30, 40, 50, 200. 210, 20, 30, 31. Aber Pedro und Familie wird das auf jeden Fall oder so ein Selfie, alle mit den Knallen. Naja, mit dem Geld. Wie die Echten Gangster. Hier so die Kette. Oh Mann. Ich schmeiß das rüber und dann muss man das Bild machen, wenn's runterkommt. Oh Mann. Ja, war richtig. Ja, der Pate Gramps gewonnen. Das war ne Runde Cash & Guns. Wenn's euch gefallen hat, lasst einen Daumen da und schaut mal bei den anderen vorbei. Wir werden bestimmt noch ne Runde spielen. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Bye bye.